Kenn ich leider beide nicht Weiß ich nicht, sind das Youtuber oder Streamer oder irgendwie Kenn ich nicht, sorry Was? Das Gags Kapper, oh mein Gott, Alter Ja, so, das kann man, das kann ich ja mal schauen, wenn ich dann Wechsel auf Forza, ob ich es mit dem DLT hinkriege Ich habe gestern nach dem Stream ausgemacht, die Xbox sind seitdem, ist hier aus Habe ich nicht mehr geschaut Ja klar, den Piet kenne ich auf jeden Fall, den Commander auch Ja, sind ganz cool Die haben das, die haben in Deutschland das möglich gemacht und das groß rausgebracht mit YouTube Und in die wäre das Ganze, was wir hier machen, nicht möglich Also riesen Respekt, muss ich sagen Echt Respekt, auch wie sie sich verkaufen, ganz cool Also die haben das wirklich in die Medien gebracht, das Ganze, das ist echt cool Und haben sie, haben sie in Deutschland viel, viel weitergebracht Auch für die ganze Öffentlichkeit und so Habe aber keine Zeit selber zu schauen, irgendwelche Sachen Also von den Twitch Streamern kenne ich meistens nur amerikanische, die sind schon seit langer Zeit dabei Klar kenne ich ein paar Deutsche aber weniger Ja, Satron ist bestimmt bei Facebook, wirst du nicht zugeben Erst sind unter Satron, 99 da oder so Oder FC Satron oder so, ist er zu finden Alter Ach shit, ich habe den Strich nicht Seht ihr den Strich da unten, der ist neu Da muss man das hinkriegen, dass er in der Mitte ist Genau in der Mitte und dann kann man Ball loslassen Dann trifft man auf jeden Fall Das ist eh nur so ein Blödsinn Danach tun wir die Karriere starten Und dann wird uns bestimmt gezeigt, wie das Spiel funktioniert Und ich weiß jetzt nicht, wer hier die 3er werft Ich werfe am liebsten 3er Und ich muss jetzt schauen, wer es am besten hinkriegt Origin New Play müsstest du machen Kann ich nicht über andere Hey Black Animal Servus Christi Schön, dass du da bist Kennst du PTV Ja klar kann ich PTV Sicher kenne ich den Den Michel meinst du, oder? Direkt den Michel Also ich kenne mich persönlich, aber ich habe die Youtube Videos geschaut Und habe auch öfters kommentiert bei seinen Videos Meinst du Michel mit seinem Fort, den er fährt? Der ist ein saukooler Typ Ich guck mir mal kurz deine Games an Kannst du dir einen Stream mit ihm vorstellen? Ja klar haben wir irgendwelche Racing Games oder so spielen Klar Nur habe ich da keine Chance Der ist sehr sehr gut vom Skill her Also richtig Respekt habe ich vor dem Er spielt ja momentan hier auch Horizon 2 Auf der Xbox One Habe ich halt wie gesagt Seitdem ich selber streamen habe ich keine Zeit Was anders zu schauen hier Gags jetzt macht doch mal einen Touchdown Hey wir spielen kein Football alter Wir spielen kein Football mein Freund So, so, so Sag ich kein Touchdown machen Dann genau Er fuhr vor und kam nie wieder Der hat ein übelst geiles Wheel Also der hat das normale G27 für den PC Soweit Ich weiß Hat nur ein Racing Seed Hat er halt Und hat er sich ein neues gekauft Glaub ich dass er sein G27 weggegeben hat Das spielt ja auch öfters mit einem Lucas zusammen Ich kenne den alle nur vom Sehen Also ich habe keine Ahnung Wir sind ja alle viel überrühmter als ich Gags vor Schieß ein Tor Was meinst du denn äh Sprayer Was meinst du denn äh Sprayer Echt jetzt what the fuck Ja ich habe eigentlich von Michel Alle Videos gesehen Eigentlich bis Bis vor vier Monaten Auf jeden Fall Bist du auch so hole in one alter ja jetzt pass ich ja gar nicht auf ich dachte nicht dass 27 das ist das g27 das sieht nicht anders aussieht einfach nur montiert auf seine racing seat aber hatte also ich sag mal hier wir fangen mit der karriere das passt jetzt ähnlich hier auf und da ist das spiel egal also ich eigentlich gar nicht so schwer von daher fangen mit der karriere an hier das ist eigentlich das coolste am spiel da lernt man auch spielen wird auch einiges erklärt und von daher war das ist nur so ein bisschen geplänkel aber da ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst habe ist ja klar gar keine chance schon mal wie das funktioniert hier meine karriere zugriff an der funktion meiner spieler laden park ist in dieser auf einen eingeschränkt dass auch moment ich muss mal kurz schauen wegen dem online links da vielleicht kann ich ja mich irgendwie doch anmelden moment muss ich mal kurz schauen muss mal kurz das bild moment muss man kurze e-mail-adresse eingeben ja monen april natürlich bin ich april wisst wisst ihr ja schon erkennt ihr kennt ja mein mein geburtsdatum bestimmt schon oder auch nicht wenn ich dann seht ihr es hier so ich stimme zu spiele ich habe schon da konnte man kann kein aktuelles gx natürlich ist mit gags was soll es denn sonst sein gx alles geht alles mit gx fertig und noch mal gx 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 noch mal hier hier die adresse und alles sehen und das passt und so muss man hier nämlich blöd eingeben man kann sich mit der tastatur eingeben ist nicht auch komisch ja mach mal hier ok schauen wir mal kurz da ist das livebild wieder schau ich mal an nach pc schnell wegen der adresse mann ist gx alt ja muss man erscheint hier erstellen hier so dronk sprayer rot ist meine farbe und viele die farben hatten leben heute nicht mehr es hat gar nicht nach dem passwort gefragt das einzige was ich gesehen habe ist jetzt die im adresse ich habe noch gar nicht gefragt ich bin ja schon angemeldet immer schon bei qk so also was haben wir denn hier grundlagen also james ok was denn jetzt können wir müssen alles mit dem ding hier eingeben also fangen wir mal an hier natürlich heißt da wie das englisch dass du tue er ist ja krass so um hier trauen gespielt wieder um genau gut 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 dass es ist es ist ein wort gibt hier sonst würde das hat man wiederum rumspacken hier mann gags groß oder was natürlich mehr da hieß ist gut ist gut dass das ist neidlich gibt hier vielen dank dafür denn das abwenden auch für abwenden des blödsins wasser tronk hier sonst uns gezeigt hätte schon mal was was soll ich denn nehmen für den gags hier nein 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 welche zahl wollte denn 1 1 bis 6 gibt es also ich glaube ich bin schon eher sechs von der von der hautfarbe ich bin schon sehr sehr case ich seht ihr auch hier von daher ich würde sagen fünf oder sechs passt zu mir sternchen sternchen bitte sehr sehr gerne mein freund sehr sehr gerne also ich würde sagen fünf oder sechs macht man halt hier sagt sachen jetzt hier geeinigt habe ich da auch die ich habe die die ersten paar folgen gesehen sein war ganz interessant aber leider nicht mehr weiter geschaut keine zeit mehr gehabt bei dem ich hier stream habe ich sowieso neun von zehn hobbys aufgegeben gute machen wir fünf machen wir sechs machen wir schon sechs ja sechs ok gut und wie geht es dann weiter ach so kopf voreinstellung ach du kacke ob die fach ist das ruhig und mir was ist denn passiert das bin ich das ist so das bin ich genau das ist ja genau wie aus dem gesicht ne 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 das bin ich fast 34 gibt es aber das könnte von der frisur her sogar passen eigentlich theoretisch das könnte von der frisur sogar passen bei mir in echt also normal also ohne den ohne den 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 ziegenbatter zumindest die haare ne das passt auf gottes willen nein what the fuck ne das passt auch nicht ne ah das ist auch nicht schlecht aber das ist ein bisschen zu komisch das ist geil das ist geil hier oh mein gott the fuck ich kann nichts drehen du kannst nichts machen du musst es so fest lassen das geht anscheinend nicht ich kann nichts drehen wollte ich schon machen also ist anscheinend so so fest hier doch doch mit ja mit links und rechts trigger kannst du drehen oh mein gott das ist ja hier die jungen jungen jetzt weiter jungen 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 wird der schlechte hätte der menschlecht ich bin einfach den also ich will ja hier spielen leute ich will ja nicht irgendwelche sims sachen da augen irgendwelche sims sachen erstellen oder so möchte ich möchte nur spielen reicht nicht dass man die größe eingibt und so gut ist jetzt